Wir bleiben aber jetzt gleich im weitesten Sinne beim Thema, denn jetzt geht es um einen Antrag der Fraktion Die Linke. Da geht es um das Rentenniveau bzw. um die Anpassung des Rentenniveaus zwischen Ost und West. Die Linke sagt, das Rentenniveau sei im Osten immer noch zu niedrig verglichen mit dem Westen, womit sie auch recht hat, weil es liegt bei 96,5 Prozent und soll erst im Jahre 2024 dann auf 100 Prozent steigen. Die Linke sagt, das geht nicht und fordert eine umgehende Anpassung des Rentenniveaus auch im Osten an das Westniveau. Das also dazu. Das heißt, wir bleiben gleich im weitesten Sinne beim Thema Vergleichbarkeit der Lebensverhältnisse. Und die Debatte wird eingeführt von Gesine Lötzsch von der Linken Fraktion, stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Wir haben gerade darüber gesprochen, 30 Jahre Mauerfall, aber die Rentenmauer steht noch. Wir als Linke fordern, die Rentenmauer muss endlich weg. 2014 hatte Bundeskanzlerin Merkel versprochen, die Rentenangleichung kommt bis 2020. Doch versprochen und gebrochen. Damit hat die Regierung Vertrauen bei vielen Ostdeutschen verspielt. Und diese gebrochenen Versprechen erzeugen Lethargie, Hass und Demokratieverdrossenheit. Und das ist unverantwortlich. So kann das nicht weitergehen, meine Damen und Herren. Ostdeutsche, die 1989 65 Jahre alt waren, müssten 100 Jahre alt werden, damit sie in den Genuss einer Westrente kommen. Sie haben also auf eine biologische Lösung des Rentenproblems gesetzt. Und wir nennen das zynisch. Wie wollen Sie eigentlich den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit mit einer Rentenmauer zwischen Ost und West feiern? Wir fordern in unserem Antrag die sofortige Angleichung des Ostrentenwerts an den Westrentenwert. Das ist wirklich Zeit, meine Damen und Herren. Nun wird ja diskutiert darüber, wie entsteht eigentlich Altersarmut. Altersarmut in Ostdeutschland hat direkt etwas mit der Ära Helmut Kohl und mit der Treuhandpolitik zu tun. Im ersten halben Jahr ihrer Tätigkeit hat die... Das muss hier alles ja treffen, wenn Sie sich das nicht anhören können. Im ersten halben Jahr ihrer Tätigkeit hat die Treuhand 61 ostdeutsche Unternehmen pro Woche privatisiert. Zum Vergleich, die eisernen Lady Margaret Thatcher, berüchtigt für den großen Ausverkauf der britischen Staatsunternehmen, brachte es in zehn Jahren ihrer Amtszeit gerade einmal auf 54 Privatisierungen. Und die Folge dieser Privatisierung war dramatische Massenarbeitslosigkeit in Ostdeutschland. Und die brutale Arbeitsplatzvernichtung hat eben heute fatale Auswirkungen auf die Ostrenten. Und diesen Trend, meine Damen und Herren, hat die Regierung Merkel ab 2005 noch verstärkt. Langzeitarbeitslose haben nur niedrige Rentenbeiträge eingezahlt bekommen und seit 2011 überhaupt keine mehr. Man muss die Verantwortung klar benennen. Kohls Treuhand war ein Baustein für die kommende Altersarmut in Ostdeutschland. Und das darf so nicht bleiben, meine Damen und Herren. Und die Schröder-Fischer-Regierung führte Hartz IV ein. Das war Armut per Gesetz. Die PDS im Bundestag, Petra Pau und ich, waren damals die einzige Partei, die gegen diese Armutsgesetze gestimmt und gekämpft hat. Kanzler Schröder verkündete stolz, dass er den größten Niedriglohnsektor Europas geschaffen habe. Und selbst im Niedriglohnsektor beträgt der Ost-West-Unterschied immer noch 277 Euro oder 16 Prozent. Und mit dem Niedriglohnsektor wurde ein weiterer Baustein für Altersarmut gelegt. Und das muss dringend korrigiert werden, meine Damen und Herren. Die jetzt von der Bundesregierung beschlossene Angleichung der Rentenwerte ist mit einem gravierenden Nachteil für die Ostdeutschen verbunden. Da die Ostlöhne immer noch weit von den Westlöhnen entfernt sind, wurden bisher die Ostlöhne für die Rentenberechnung umgerechnet. Und diese Umrechnung wird nun abgeschafft, obwohl die Lohnunterschiede weiter bestehen. Das kommt einer Rentenkürzung gleich und das darf nicht sein, meine Damen und Herren. Ein Rechenbeispiel. Durch den Wegfall der Umrechnung erhält eine 54-jährige Ostverkäuferin für die 13 Jahre, die sie noch bis zur Rente hat, nur 344 Euro Rente. Mit der Umrechnung wären es 374 Euro gewesen. Das wären also 360 Euro mehr Rente im Jahr. Und bei einer durchschnittlichen Bezugsdauer der Rente von 22 Jahren fehlen ihr also knapp 8000 Euro. Darauf muss die ostdeutsche Verkäuferin verzichten. Und das ist eine Fortsetzung der Rentenmauer. Und die muss endlich eingerissen werden, meine Damen und Herren. Nun ist ja in der vorherigen Debatte darauf verwiesen worden, dass die Grundsicherungsquote im Ostdeutschland aktuell mit 6,5 Prozent, die Zahl wurde nicht genannt, aber die Tatsache, noch deutlich unter dem Niveau heute in Westdeutschland liegt. Doch sie wird sich in den kommenden 20 Jahren auf knapp 12 Prozent verdoppeln. Und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW, schätzt ein, dass in Deutschland jeder fünfte 67-Jährige im Jahr 2036 von Altersarmut bedroht sein wird. Und besonders betroffen davon werden sein alleinstehende Frauen, Menschen ohne Berufsausbildung, Langzeitarbeitslose und eben Ostdeutsche. Und ich finde, diese Fortsetzung der Spaltung dürfen wir nicht hinnehmen, meine Damen und Herren. Union und SPD sind also für die Arbeitsrenten in Ostdeutschland verantwortlich. Sie haben die Zerstörung der ostdeutschen Wirtschaft durch die Treuhand zu verantworten. Und sie gehen mit den Hartz-IV-Gesetzen als die größten Lohndrücker in die deutsche Geschichte ein. Sie haben den Niedriglohnsektor und damit Minijobs und Minirenten geschaffen und haben jahrzehntelang einen Mindestlohn verhindert. Jetzt haben wir einen Mindestlohn, der nicht ausreicht, um nach einem langen Arbeitsleben von der Rente auch leben zu können. Und deshalb fordern wir in unserem Antrag die Angleichung der Rentenwerte noch in diesem Jahr, die Beibehaltung des Umrechnungsfaktors für die Ostlöhne bis das Westniveau erreicht ist, eine deutliche Anhebung des Mindestlohns auf mindestens 12 Euro und einen Zuschlag für Rentnerinnen und Rentner, die im Niedriglohnsektor arbeiten mussten. Wir, meine Damen und Herren, wir brauchen eine wirklich soziale Politik für dieses Land. Wir brauchen eine soziale Wende. Die Linke steht dafür zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank, Gesine Lötzsch. Nächster Redner Max Straubinger für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben da jetzt ein Zerrbild der Rentenpolitik in Deutschland erlebt, nämlich von der Frau... Doch, Frau Kollegin Lötzsch, so ist es doch! Denn jetzt können sich nämlich die Bürgerinnen und Bürger in Osten Deutschlands auf verlässliche Renten verlassen und nicht nach Gutdünken, wie es nach der SED war, also wo sozusagen überhaupt nicht die Leistungsfähigkeit der Menschen berücksichtigt wurde, sondern nach imaginären Abschlüssen von FDGB letztendlich dann durch SED umgesetzt worden ist. Und das waren Armutsrenten in der ehemaligen DDR. Und das Zweite, die Rentenüberleitung 1991, ab 1. Januar 1992, hat den Bürgern in Ostdeutschland eine verlässliche Rente gegeben, und zwar eine Rente, die bedeutet, dass mittlerweile von den Rentnern in Ostdeutschland nur 1 Prozent auf Grundsicherung angewiesen sind, während es in Westdeutschland 3 Prozent sind. Also das zeigt auch sehr deutlich, dass diese Rentenüberleitung eine große Erfolgsgeschichte ist und dass wir dies auch so darstellen sollen. Denn alle anderen Darstellungen, Frau Kollegin Lötz, die dienen nur dieser Seite, die Sie nicht wollen und die wir nicht wollen. Also, dass das ganz klar ist jetzt. Und deshalb also, wer die Erfolge der Wiedervereinigung hier nicht letztendlich darstellen will und die ganze Zeit nur ein Zerrbild letztendlich den Bürgerinnen und Bürgern bereitet, der hat letztendlich und legt die Axt letztendlich an unser demokratisches Staatsgefühl geführt, die Kolleginnen und Kollegen. Denn die Wahrheit liegt ganz woanders. Nämlich, dass wir seit der Rentenüberleitung 1991 ab 1992 sind wir mittlerweile von damals 51 Prozent des Rentenwertes, die ja in Ostdeutschland mitgegeben war, sind wir mittlerweile bei 96,5 Prozent. Und das unter wirtschaftlicher Entwicklung. Das ist die Erfolgsgeschichte auch des Aufbaus letztendlich in den neuen Bundesländern. Da kann man klagen, vielleicht zu langsam vorangegangen ist. Aber dass zuvörderst mit Helmut Kohl, mit der Treuhand letztendlich bewerkstelligt worden ist. Wir haben ja die kaputten DDR-Betriebe letztendlich hier und damit auch den Menschen sichere Arbeitsplätze gegeben. Das missachten Sie, diese Hinterlassenschaft der SED, für die Sie verantwortlich sind, für die Sie ständigst eingetreten und gearbeitet haben. Diesen Missstand haben wir letztendlich mit unserer Politik, mit Helmut Kohl und mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel hier auch mit letztendlich aufgearbeitet. Und wenn der Kollege Bartsch vorher sich beklagt hat, dass es keinen Unipräsidenten ostdeutscher Herkunft gibt, keinen Bundesrichter ostdeutscher Herkunft gibt, da möchte ich sagen, er sollte doch zumindest dann zufrieden sein, dass wir eine Bundeskanzlerin aus Ostdeutsch in ostdeutscher Herkunft haben. Aber dieses Lob habe ich auch noch nicht vernommen. Also unter diesem Gesichtspunkt, glaube ich, ist es ja wirklich eine schöne Geschichte, dass man nicht einmal das anerkennen will, aufgrund der Erfolge, die wir mit vorzuweisen haben. Und die sind hervorragend, diese Erfolge. Nämlich dahingehend, dass wir die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschlands befördert haben. Dies auch weiterhin tun mit den entsprechenden Programmen. Aber wir mittlerweile ja in eine Situation geraten sind, dass wir uns nicht nur über Ostdeutschland letztendlich zu unterhalten haben, sondern dass wir auch feststellen müssen, dass wir im Westen Deutschlands, an der Grenze zu Holland, an der Grenze in Ostbayern, zu Tschechien, dass wir da Landkreise haben, die genauso schwierige Einkommensverhältnisse aufzuweisen haben, wie Menschen in Landkreisen in Ostdeutschland. Und Sie wollen jetzt hergehen und wollen mit Ihrem Antrag zwar den Rentenwert angleichen auf 100 Prozent, wobei wir dies beschlossen haben, 2025 wird das geschehen sein. Und ich hoffe, rein unter wirtschaftlicher Entwicklung und nicht sozusagen unter administrativer Entwicklung. Aber Sie wollen dann die Höherwertung beibehalten. Und das ist eine große Ungerechtigkeit, nämlich gegenüber den Bürgern, die im Westen Deutschlands wohnen, weil ja die dann 20 Prozent eine geringere Rente haben für die gleiche Einzahlung, wie sie dann die Bürger in Ostdeutschland erhalten würden. Und das kann nicht sein. Sie sind eine spalterische Partei und nicht eine Partei, die zusammenführt. Und in diesem Sinne werden wir euren Antrag auch wiederum mit ablehnen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Max Straubinger war das von der CSU. Seine Anmerkungen zur Frage an die Gleichung der Renten auf das Westniveau, das beinhaltet der Antrag der Linken. Nun kommt die Sprecherin der AfD, Ulrike Schielke-Ziesing. Frau Präsidentin! Liebe Bürger! Heute besprechen wir einen Antrag, den die Linken im Frühjahr diesen Jahres schon einmal in ähnlicher Form gestellt haben. Aus diesem alten Antrag haben Sie die Ostthemen extrahiert und bringen diese nun noch einmal ein. Warum noch einmal in einem so kurzen Zeitabstand? Normalerweise wärmen Sie Ihre alten Anträge doch erst nach zwei Jahren wieder auf. Kann es sein, dass dies nur ein Schaufensterantrag ist, um Ihrem Parteifreund in Thüringen beim Landtagswahlkampf den Rücken zu stärken? Ihr Antrag ist eine wild zusammengewürfelte Wunschliste mit allem, was im Osten vermeintlich gut ankommt. Rentenangleichung Ost-West, den Mindestlohn regulieren und weil noch Platz auf dem Papier war, gleich auch noch die Altersarmut in Deutschland bekämpfen. Fehlt eigentlich nur noch der Klima- und der Tierschutz. Wie wir die Altersarmut effektiv gezielt bekämpfen können, können Sie in der neuesten Studie nachlesen, die im Auftrag der Bertelsmann Stiftung erstellt wurde. Eine Freibetragslösung für die Rente bei der Grundsicherung im Alter kommt gezielt den bedürftigen Rentnern zugute und verstößt weder gegen das Äquivalenz- noch gegen das Leistungsprinzip. Mit anderen Worten, eine Freibetragslösung, so wie wir als AfD es im Frühjahr hier im Plenum gefordert haben. Wir könnten damit über 600.000 Alters- und Erwerbsminderungsrentnern helfen. Die Rentner könnten 15 Prozent ihrer Rente zusätzlich zur Grundsicherung im Alter behalten. Wenn es Ihnen noch so sehr um die Bekämpfung der Altersarmut in Deutschland geht, warum haben Sie unserem Antrag da nicht zugestimmt? Lieber stellen Sie Anträge, die ein Sammelsurium an Maßnahmen enthalten. Einzelne Maßnahmen darin sind sicher sinnvoll. In Gänze sind diese Anträge aber für uns absolut nicht zustimmungsfähig. Beispiele dazu. Sie wollen eine Rente nach Mindestentgeltpunkten. Mit einer Verdopplung von Entgeltpunkten, wie bei Ihnen vorgesehen, wird das Äquivalenzprinzip als tragendes Prinzip der gesetzlichen Rentenversicherung angegriffen. Eine Verdopplung von Rentenansprüchen für eine abgegrenzte Zielgruppe ist nicht mit der Beitragsequivalenz vereinbar. Ungleiches wird im Ergebnis gleich behandelt. Eine Aufwertung soll pauschal für Entgeltpunkte aus unterdurchschnittlichen Einkommen erfolgen, ohne Rücksicht darauf, warum es zu diesem niedrigen Einkommen überhaupt gekommen ist. Hört sich übrigens sehr nach der Grundrente von Minister Heil an. Nur, dass Sie hier keine 35, sondern 25 Beitragsjahre ansetzen, macht die Sache aber auch nicht besser. Eine Anhebung des Mindestlohns ist laut Ihrer sozialistischen Fantasie ein Allheilmittel, um Wohlstand und Wachstum zu generieren. Mit welcher Beharrlichkeit Sie regelmäßig Ihre Anträge zur Anhebung des Mindestlohns aus immer demselben Hut ziehen, ist schon bemerkenswert. Verstehen Sie bitte, wir leben in einer Marktwirtschaft und nicht im Wünsch-dir-was-Land. Sie können gerne versuchen, den Unternehmen alles vorzuschreiben. Besser wird die wirtschaftliche Situation dadurch aber nicht. Wir müssen für bessere Rahmenbedingungen sorgen, damit die Wirtschaft sich hierzulande auch besser entfalten kann. Ich kann Ihnen aus meinem Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern berichten. Unternehmen, die expandieren wollen, stoßen aufgrund von fehlenden Investitionen in die Infrastruktur an ihre Grenzen. Geeignetes Personal wird ebenfalls immer knapper. Weil die regierenden Parteien die falschen Rahmenbedingungen setzen, leiden für die Region wichtige Unternehmen darunter. Und dann soll die Abwärtsspirale noch durch planwirtschaftliche Experimente befeuert werden, nicht mit uns. Sie wollen die Rentenangleichung Ost-West haben. Sie wollen außerdem eine Beibehaltung der Höherbewertung der Ostlöhne, machen sich aber leider keinen einzigen Gedanken über ein Finanzierungskonzept. Und da kommen wir wieder zum Anfang meiner Rede. Eigentlich soll dieser Antrag ja auch nicht seriös dazu beitragen, die Rentenangleichung zu diskutieren, sondern nur dem Wahlkampf dienen. Insgesamt präsentieren Sie hier Lösungen, die nicht in das bestehende Gesellschaftssystem passen. Alles, was Ihnen einfällt, ist regulieren, enteignen, verstaatlichen. Das funktioniert nicht. Und eine DDR 2.0 wollen wir auch nicht. Hatten wir schon unter Ihrer Führung, ist in die Hose gegangen. Und nun versuchen wir seit knapp 30 Jahren, Ihre Fehler der Vergangenheit auszubügeln. Ich freue mich aber dennoch auf die Diskussion Ihres Antrags im Ausschuss für Arbeit und Soziales und in der nächsten Sitzungswoche wieder hier im Plenum an selber stelle. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Schilke-Ziesing. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Daniela Kolbe. Daniela Kolbe ist Sprecherin der SPD-Arbeitsgruppe Verteilungsgerechtigkeit. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Wer seinen Wahlkreis im Osten hat, der weiß, dass für viele Menschen die Renteneingleichung, gerade für die Rentnerinnen und Rentner, wirklich ein Thema ist. Aber um was geht es denen da im Kern? Ich habe manchmal den Eindruck, es geht gar nicht so sehr um das Thema Geld, sondern es geht den Menschen um das Thema Leistungsgerechtigkeit. Ist Gleiches in diesem Land gleich viel wert? Was ist meine Arbeit wert, die ich geleistet habe, als ich versucht habe, diese marode DDR am Laufen zu halten, irgendwie was zu produzieren? Was ist meine Lebensleistung wert, wenn ich mitgeholfen habe, den DDR-Unrechtsstaat zum Einsturz zu bringen? Das sind nämlich die Leute, die jetzt gerade Richtung Rente gehen und sich fragen, wie wird das gewertschätzt? Die Leute, die das Land wieder aufgebaut haben, die niedrige Löhne bekommen haben, die von Arbeitslosigkeit betroffen waren, fragen sich, wie wird das gewertschätzt? Und tatsächlich 90 Prozent der Ostdeutschen, für die ist die gesetzliche Rente das Haupteinkommen im Alter. 60 Prozent, im Westen geht es ähnlich, aber bei 90 Prozent ist es klar, dass das Thema Wertschätzung und Leistungsgerechtigkeit sich bei den älteren Leuten tatsächlich stark auf die gesetzliche Rente fokussiert. Und ja, deshalb haben wir in der letzten Legislatur als Große Koalition gesagt, da die Lohnangleichung nicht vorankommt und die Rentenangleichung nicht vorankommt, müssen wir das gesetzlich machen. Und das haben wir gemacht. Die SPD wollte das 2020 fertig haben. Das haben wir nicht durchgesetzt. Aber wir haben gesetzlich geregelt, wir werden 2025 in Deutschland ein Rentensystem haben. Das ist schmerzhaft für uns, dass es lange dauert. Aber wir freuen uns, dass wir die Rentenangleichung im Gesetzplatz stehen. Und ich ärgere mich über den Linkenantrag, also zumindest das habt ihr geschafft. Und ich habe mich auch sehr geärgert über die Rede von Frau Lötzsch, weil Sie es eigentlich besser wissen und weil das eigentlich auch unter Ihrem Niveau ist, hier den Eindruck zu erwecken, als wollten wir eine Ungleichheit im Rentensystem fortschreiben, als gäbe es nicht den Ausblick, dass wir in Deutschland ein Rentensystem haben werden, und zwar in absehbarer Zeit. Und das können wir den Rentnerinnen und Rentnern und auch den zukünftigen Rentnerinnen und Rentnern genau, klar, klar so sagen. Und ich ärgere mich auch über Ihren Antrag, weil er eben nicht nur Ungerechtigkeiten versucht abzuschaffen, sondern einfach mal ziemlich sehend neue Ungerechtigkeiten schafft. Die Große Koalition hat ja beschlossen, ein Rentensystem ab spätestens 2025, vielleicht kriegen wir das ja eher hin. Also der Rentenpunkt, den ich mir verdient habe, ist bei der Auszahlung gleich viel wert, egal ob in Ost oder in West, aber eben auch, ich muss gleich viel einzahlen in Ost und in West, um einen Rentenpunkt zu bekommen, also ein Rentensystem, ein Land. Was die Linke hier in dem Antrag will, sind zwei Rentensysteme. Der Rentenpunkt soll gleich viel wert sein in Ost und in West, aber in Ostdeutschland soll ich weniger einzahlen müssen, um einen Rentenpunkt zu bekommen. Die Begründung ist ja richtig, die Löhne sind in Osten niedriger. Wer möge denn das bestreiten? Das ist so. Aber was Sie hier machen, ist nicht die Ursache bekämpfen, sondern Sie versuchen, irgendwie die Wirkung abzumildern und schaffen damit wirklich absurde Situationen. Sie behandeln Gleiches und Ungleich. Im Niedriglohnbereich zum Beispiel. Wir als SPD haben gekämpft und gestritten, dass wir einen Mindestlohn bekommen, und zwar in Ost und in West, in der gleichen Höhe. Wenn Ihr Antrag realisiert würde, würde es bedeuten, der westdeutsche Mindestlöhner hätte weniger Rentenanspruch als jemand, der im Osten Mindestlohn bekommt. Und Gleiches gilt für Tarifbeschäftigte. Also, ich sage mal so, wenn das so käme, dann würde ich mir ernsthaft überlegen, im Sinne meiner Beschäftigten, ob ich nicht umziehe. Im Moment ist mein Büro dort drüben, direkt neben dem Reichstag im Paul-Löbe-Haus. Das war früher West-Berlin. Und für meine Beschäftigten wäre das dann viel sinnvoller, wenn ich umziehe, hier direkt nach da hin, ins Jakob-Kaiser-Haus. Das war nämlich Ost-Berlin. Dort bekommen die Beschäftigten Es stimmt aber doch, ne? Ja, klar, klar. Dann, Theorie. Weiter, weiter, weiter. Ich kann leider die Mimik von Frau Roth hier vorne so schlecht sehen. Das war Ost-Berlin. Dort hätten meine Beschäftigten von ihrem gleichen Lohn höhere Rentenanwartschaften. Das wird spätestens 2025 Geschichte sein. Und Sie wollen das fortschreiben. Das merken Sie doch selber, dass das ziemlicher Kokolores ist, oder? Dabei stimmt natürlich, dass das unterschiedliche Lohnniveau ein riesengroßes Problem ist. Aber es ist viel sinnvoller, dass wir das an der Wurzel anpacken. Und Hubertus Heil hat allein gestern mit dem gestern eingebrachten Pflegelöhne-Stärkungsgesetz mehr für die Rentengerechtigkeit in Ost und West getan, als wenn Sie Ihren Antrag jetzt zum zehnten Mal wieder einführen. Wir brauchen höhere Mindestlöhne, aber vor allen Dingen brauchen wir eine höhere Tarifbindung. Denn wo es Tarife gibt in Ost und West, da sind doch schon jetzt die Löhne annähernd gleich. Und dann auch eben die Rentenanwartschaften. Klar müssen wir da noch über Arbeitszeiten reden. Mich ärgert kolossal, dass wir Tarifverträge haben, in der Metall- und Elektroindustrie beispielsweise, wo zwar die Löhne gleich sind, im Osten aber 38 Stunden gearbeitet würde, im Westen 35. Aber das ist nur eine Nebenbemerkung. Da hätten Sie jetzt auch keine Lösung für mit Ihrem Antrag. Naja, wir streiten jedenfalls dafür, dass wir endlich eine höhere Tarifbindung in diesem Land bekommen. Ja, ich sage nur, Pflegelöhne-Stärkungsgesetz ist genau ein Schritt in diese Richtung. Man kann natürlich die SPD fragen, warum hatten wir nicht noch mal in den Koalitionsvertrag das reinverhandelt, dass wir das jetzt straffen. Ja, liebe Wählerinnen und Wähler, hätten wir durchaus ganz gerne auch mit auf den Zettel gesetzt. Wir mussten uns konzentrieren. Und tatsächlich haben wir uns einen ziemlich dicken Brocken rausgenommen, der auch was mit Leistungsgerechtigkeit im Rentensystem zu tun hat, nämlich, dass diejenigen Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, mehr haben als Menschen in der Grundsicherung. Wir wollen die Grundrente durchsetzen, und zwar ohne Bedürflichkeitsprüfung. Und das wird insbesondere gerade vielen ostdeutschen Menschen helfen, die in der Zeit nach der Wiedervereinigung zum Teil zu extrem niedrigen Löhnen gearbeitet haben, als Friseure, als Einzelhandelskauffrau oder als Gebäudereinigerin. Ich fasse mal zusammen. Nach 30 Jahren Wiedervereinigung haben wir die Rentenüberleitung fast verendet. Wir haben hoffentlich gleich bald eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. Und abschließend will ich sagen, mit ein wenig Glück und viel guten Willen hier im Haus werden wir vielleicht auch was für die Rentengruppen tun, die in der Rentenüberleitung hinten runtergefallen sind. Stichwort Reichsbahner, DDR-geschiedene Braunkohle. Das steht im Koalitionsvertrag. Und es gibt eine Arbeitsgruppe im BMAS. Und im Dezember wird es Ergebnisse geben, auf die ich mich freue. Und ich sage es mal so. Hier sagen ja manche immer, können die nicht mal Ruhe geben? Nein, können die nicht. Weil die haben nämlich das eklatante Gefühl, dass ihre Lebensleistung nicht gewürdigt wird. Das geht auch hier nicht so sehr um das Geld. Sie fühlen sich nicht für voll genommen. Das lässt diesen Menschen keine Ruhe. Und es wird auch ihnen nie Ruhe geben, wenn hier nicht endlich politisch gehandelt wird. Und das mulmige Gefühl habe ich, dass wenn eine solche Ungerechtigkeit in Westdeutschland passiert worden wäre, beispielsweise bei den Steinkohlekumpeln ihnen Geld weggenommen worden wäre, dann wäre der Aufschrei bis hier nach Berlin deutlich spürbar zu hören. Die Ostdeutschen brüllen leiser, aber sie leiden genauso. Und es ist dringend geboten, dass wir hier handeln. Und das lohnt sich auch, weil es nämlich zur Befriedung und zur Einigung dieses Landes beitragen würde. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Daniela Kolbe war das von der SPD-Fraktion, die sich nach eigener Aussage auf die Ergebnisse der Arbeitsgruppe zur Grundrente freut. Das ist ein Problem, ein großes Problem zwischen CDU und SPD, CDU, CSU und SPD, was noch nicht gelöst ist. Die Arbeitsgruppe der Minister Braun und Heil tagt unterdessen. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sollte es keine unterschiedliche Rentenberechnung in Ost und West mehr geben. Ich glaube, da sind sich sehr viele in diesem Haus einig. Und ich will mal etwas tun, was ich hier selten tue, nämlich die SPD, insbesondere die ehemalige Arbeitungssozialministerin Andrea Nahles, aber auch die Große Koalition in einer rentenpolitischen Frage loben. Darüber wurde lange in diesem Haus diskutiert. Auch wir als Freie Demokraten haben das lange gefordert, dass Sie es in der letzten Legislaturperiode geschafft haben, hier eine Angleichung ins Gesetz mit dem Rentenüberleitungsgesetz einzuführen. Das ist ein großer Schritt nach vorne für uns alle. Und dafür gebührt Ihnen Dank, ausnahmsweise in der Rentenpolitik. Das, was Sie allerdings hier machen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linkspartei, das ist wirklich eine krasse Irreführung der Bürgerinnen und Bürger und der deutschen Öffentlichkeit. Und das gleich in doppelter Hinsicht, in zweifacher Hinsicht. Erstens, Frau Kollegin Lötzsch, dass Sie sich hier ernsthaft hinstellen und alle möglichen Gründe für die noch das ungleiche Rentensystem zwischen Ost und West anführen. Außer den Kern zu erwähnen, nämlich den totalen wirtschaftlichen Zusammenbruch der DDR, das ist irreführend. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade von Ihnen, von der Linken. Und das muss man sich immer wieder klar machen. So, und das Zweite ist, dass Sie wirklich so tun, als würde es nicht eine doppelte Ungleichbehandlung im Rentensystem heute geben. Das wird jetzt ein bisschen technisch, aber diese Rentenfragen sind eben kompliziert. Und weil man immer wieder auf Bürgerinnen und Bürger trifft, denen das gar nicht bewusst ist, glaube ich, muss man es einmal erklären. Ja, der Rentenwert, der dafür verantwortlich ist, wie jährlich die Renten berechnet werden, welche Höhe sie aktuell haben, der liegt, lag und liegt heute in Ostdeutschland immer noch unterhalb dem Rentenwert in Westdeutschland. Gleich nicht mehr viel, aber noch ein bisschen, in der Tat. Gleichzeitig sind die Entgeltpunkte, also den Rentenanspruch, den man für jeden eingezahlten Euro erwirbt, der liegt in Ostdeutschland heute höher als in Westdeutschland. Auch das heute immer noch. Warum? Weil wir als gesamtdeutsche Bevölkerung, weil die Menschen in Ost und West sehr viel Geld investiert haben, hart dafür gearbeitet haben, dass wir hier so für halbwegs auskömmliche Renten in Ostdeutschland gesorgt haben. Und gestern erst hat uns die Deutsche Rentenversicherung nochmal aufgerechnet, wie viel das jährlich ausmacht. Wie viel wir jährlich gemeinsam, auch rückwirkend für Anspruchszeiten vor der Wiedervereinigung, vor 1990, die Menschen in Ost und West heute dafür arbeiten, dass es hier nicht eine krasse Ungleichbehandlung gibt. Und ich muss mich wirklich fragen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, ob das ein Zufall ist, dass Ihr rentenpolitischer Sprecher lieber auf einer Podiumsdiskussion ist als hier in der Debatte. Der hätte das nämlich nicht guten Gewissens verschrieben, diese Wahrheit. So, und natürlich ist es richtig, dass wir es jetzt endlich schaffen, dass wir beide Werte angleichen. Beide. Das ist Gleichbehandlung. Da kann ich mich der Kollegin Kolbe nur voll anschließen. Und das ist die Gleichbehandlung, die die Menschen in Ost und West auch wollen. Aber was Sie hier vorschlagen, das wäre eine krasse neue Ungleichbehandlung. Das würde ja dazu führen, dass der Rentenwert identisch ist, die berechneten Renten, aber auch künftig ein gutverdienender Ingenieur in, sagen wir mal, Leipzig, für jeden eingezahlten Euro mehr Rentenanspruch erwirkt als zum Beispiel eine Pflegekraft in Duisburg. Und das ist schlicht unfair. Sie überwinden keine Spaltung. Sie schaffen neue Spaltungen mit Ihrem Antrag. Und das ist die falsche Politik. Und kommen Sie hier nicht mit dem Lohngefälle als Begründung. Denn anders als 1990 ist das Lohngefälle heute längst nicht mehr holzschnittartig zwischen Ost und West, sondern es gibt ein krasses Lohngefälle zwischen Potsdam und der Uckermark. Genauso wie es ein Lohngefälle zwischen Frankfurt und der Eifel gibt. Und das Einzige, was man dafür machen kann, das Richtige, was man dafür tun sollte, ist dafür, dass wir dafür sorgen, dass sich alle Regionen in West wie Ost so gut entwickeln, wie die, in denen es wirtschaftlich gut funktioniert. Zum Beispiel in Ostdeutschland mehr Regionen profitieren, wie das heute Jena oder Leipzig schon tun. Und das wäre vernünftige Politik und nicht das, was Sie hier vorschlagen. Liebe Kolleginnen von den Linken, in der Rente gilt, Gleiches sollte gleich behandelt werden. Die Rente sollte in Ost und West gleich berechnet werden. Und für jeden eingezahlten Euro sollte man das Gleiche rausbekommen. Das ist das Gegenteil von dem, was Sie hier beantragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Johannes Vogel. Nächster Redner für Bündnis 90 Die Grünen, Markus Kurth. Und Markus Kurth ist rentenpolitischer Sprecher der Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Rede von Frau Lütsch war in mehrererlei Hinsicht sehr traurig. Zum einen, weil es ihr überhaupt nicht um Rentenpolitik geht, sondern darum, ein Zerrbild von Spaltung zu schaffen und zu beschreiben, um zu hoffen, dass Sie damit ein paar mehr Stimmen bei der kommenden Landtagswahl in Thüringen bekommen. Denn wovon reden wir? Wir reden davon, dass der Rentenwert Ost bei über 96 Prozent ist im Vergleich zum Rentenwert West. Das ist noch ein ganz kleiner Unterschied. Und der wird sich in den nächsten drei bis vier Jahren nicht nur wegen Ihres Gesetzes, sondern auch wegen der guten zurückliegenden Beschäftigungsentwicklung angeglichen haben. Das heißt also, wir haben zwar noch eine gewisse Ungleichheit, eine kleine, und uns wäre auch lieber, das würde man sofort aufheben, das will ich dazu sagen. Aber es ist keineswegs so groß, dass hier in irgendeiner Weise wirklich, ich finde schon fast, na ja, also an der Grenze des hetzerischen Wortes zu benutzen, wie Sie setzen auf eine biologische Lösung. Also ich kritisiere die Große Koalition auch hart und scharf und gerne, das wissen Sie hier. Aber Ihnen zu unterstellen, Sie würden jetzt bei der Rentenpolitik Ost-West sozusagen sehenden Auges darauf setzen und hoffen, dass ostdeutsche Rentnerinnen und Rentner jetzt sterben, damit man nicht mehr für sie zahlen muss. Das finde ich eine Grobheit, die sich hier eigentlich verbietet. Und in der Art und Weise ist es ja auch falsch. Wir haben allein im Jahr 2017 rund 29 Milliarden Euro, die aufgrund dieser Höherwertung, die ja schon mehrfach zur Sprache gekommen ist, an ostdeutsche Rentnerinnen und Rentner fließen. Rentenleistungen, die durch Beitragszahlungen nicht gedeckt sind, da die damaligen DDR-Löhne der heutigen Rentner bei der Rentenberechnung zum Teil verdreifacht berücksichtigt wurden. Und das auch zu Recht, auch das zu Recht. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass speziell die Renten, die Zusammenführung der Rentenversicherung auch ein großer Solidarakt war der westdeutschen Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Das gehört zur Wahrheit zu den beiden Seiten der Medaille mit dazu. Und in den Jahren, ich sage das, nach der Wiedervereinigung war diese Höherwertung der Ostdeutschen durch diese Aufwertung ihrer Löhne auch durchaus gerechtfertigt. Denn das Lohnniveau betrug 1992 nicht mehr als nur 42 Prozent des Westniveaus. Also ein riesiger Unterschied. Und darum war auch die Kompensation, der Ausgleich durch eine Höherwertung war gerechtfertigt. Aber wo stehen wir heute? Ich habe das von dieser Stelle auch schon mehrfach gesagt, aber Sie scheinen es sich einfach nicht zu merken. In Jena ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf bei über 40.000 Euro. So, in Dortmund, mein Wahlkreis, gut 36.000 Euro. In Herne, im nördlichen Ruhrgebiet, in einer strukturschwachen Region, ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf bei 23.000 Euro. Also fast nur halb so hoch wie in Jena. Wir haben also Unterschiede in Deutschland, in Ost und in West. Und es ist nicht mehr gerechtfertigt, allein an der früheren Grenze zur DDR das festzumachen. Und die Grundsicherung im Alter, da wird natürlich in Zukunft auch aufgrund dieser Phasen nach der Wiedervereinigung einiges zukommen. Die Grundsicherung im Alter ist aber im Moment der Bezug in Westdeutschland höher als im Osten. Schauen Sie sich das mal hier an. Ich kann Ihnen das mal hier zeigen. Hier ist die Karte. Der Grundsicherungsbezug im Alter ist am niedrigsten in Thüringen und in Sachsen. Und am höchsten zum Beispiel in Berlin und im Ruhrgebiet. Also Sie... Dankeschön. Frau Präsidentin, ich glaube, die Frau Lötzsch möchte mir eine Zwischenfrage stellen. Erlauben Sie die Zwischenfrage oder Bemerkung? Ja, gerne. Gut. Lieber Kollege Kurt, Sie halten hier ja jetzt eine sehr emotionale Rede und haben aber bewiesen, dass Sie meiner Rede überhaupt nicht zugehört haben. Gerade was die Grundsicherungsfrage betrifft, habe ich explizit darauf hingewiesen, dass jetzt die Grundsicherungsempfänger im Osten weniger sind. Gut, dass aber viele Studien, zum Beispiel vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, darauf hingewiesen haben, dass sich das in Zukunft verdoppeln wird im Osten. Und wir arbeiten hier, dachte ich, nicht für die Vergangenheit, sondern vor allen Dingen für die Zukunft. Und wir haben eine Verpflichtung, das ist eine Zwischenbemerkung, Sie müssen darauf auch nicht antworten, wenn Sie nicht wollen, aber können Sie natürlich. Wir haben die Verpflichtung, für die Zukunft der Rente zu arbeiten und nicht zu betrachten, wie es heute ist. Und unsere Verantwortung als Politikerinnen und Politiker, so verstehe ich das jedenfalls, geht über den Tag hinaus. Und gerade die Rentenfrage geht über den Tag hinaus. Frau Lötzsch, selbstverständlich haben wir die Verpflichtung, in die Zukunft zu blicken. Und mir sind diese Prognosen zum Grundsicherungsbezug auch durchaus bekannt. Und darum schlägt meine Fraktion ja auch das Instrument der Garantierente vor, wo langjährig Versicherten die Rente auch aufgewertet wird, deutlich über Grundsicherungsniveau. Und das in Ost wie in West gleichermaßen. Also ein vereinigendes Element gegen Altersarmut. Und zumindest in Ansätzen, nee, Sie können noch, ich bin noch nicht ganz fertig. In Ansätzen hat ja auch die große Koalition, wenngleich nicht so schön wie bei uns mit der Garantierente, zumindest ein Schrittchen in die Richtung mit der Grundrente auch gemacht. Das heißt also, es geht nicht darum, aufgrund von regionalen Zugehörigkeiten Ost-West-Unterschiede zu zementieren und sogar aufzubauen, sondern sich auf Instrumente in der Zukunft zu besinnen, die in Deutschland gleichermaßen gleiche Lebensverhältnisse herstellen. Das ist das Entscheidende. Und ich hatte gerade die Vergleiche der Bruttoinlandsprodukte genannt. Ich könnte dasselbe jetzt, habe ich aber auch schon mehrfach von hier gemacht, ich könnte das selber auch machen bei den Verdiensten, Durchschnittsentgelte in ausgewählten Kommunen. Ich stelle das online bei mir, dann können Sie das da vielleicht auch nachlesen, weil mir jetzt hier nicht mehr sehr viel Zeit bleibt. Und ich glaube nicht, das will ich noch mal abschließend jetzt an dieser Stelle sagen, dass das, was Sie hier immer wieder, und offensichtlich planen Sie das ja auch für die nächste Woche, als Strategie hier einschlagen, in besonders aggressiver Weise und verzerrender Weise das Bild von benachteiligten Armen zu kurz gekommenen Ostdeutschen zu zeichnen. Ich glaube nicht, dass das bei Ihnen einzahlt. Dass diese Strategie nicht aufgeht, haben die zurückliegenden Landtagswahlen gezeigt. Und dass möglicherweise ganz andere, die Sie, der Herr Straubinger hat schon darauf hingewiesen, die Sie auch, und wir nicht hier im Parlament wollen, jedenfalls nicht in der Stärke, ganz andere davon profitieren, was Sie hier an Veranstaltungen machen. Da sollten Sie noch mal wirklich in sich gehen und überlegen, ob Sie da strategisch mit der Art, wie Sie hier die Rhetorik betreiben, wirklich auf der Höhe sind. Danke. Herr Kurt, Herr Kurt. Dankeschön. Herr Präsident, Sie ein Ja hätten Sie auch behalten können. Vielen herzlichen Dank, Markus Kurt. Nächster Redner in der Debatte Peter Weiß für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Weiß, bitte. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, 30 Jahre nach dem Mauerfall, nächstes Jahr 30 Jahre Wiedervereinigung. Es ist höchste Zeit, dass auch im Rentenrecht in Ost und West für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für alle, die das Rentensystem einzahlen, das gleiche Recht zur Anwendung kommt. Es muss der Grundsatz gelten, jeder Euro, der in die Rente eingezahlt wird, ist das gleiche Wert. Das wollen wir durchsetzen. Und es ist schon erwähnt worden, in der letzten Legislaturperiode, ebenfalls große Koalition, haben wir ein Gesetz beschlossen, damit jetzt diese Angleichung schnell vonstatten geht. Was übrigens, liebe Rentnerinnen und Rentner im Osten, bedeutet, dass auch in den kommenden Jahren, zum 1. Juli, Ihre Rente jeweils höher ansteigen wird, also einmal einen höheren Prozentsatz erhöht werden wird, als im Westen, damit wir möglichst schnell es schaffen. Rentenwert Ost und West ist gleich. Und damit auch so etwas wie Renteneinheit in Deutschland endlich verwirklicht haben. Ich glaube, das ist ein großer Erfolg, den wir mit unserem gemeinsamen Gesetz zur Rentenanpassung Ost und West in Gang gesetzt haben. Umso mehr bin ich erstaunt, eigentlich entsetzt, dass die Linke heute einen Antrag ins Parlament einbringt, der nichts anderes bedeutet, als das für die Zukunft Ost und West in Sachen Rentenrecht gespalten sein soll. Sprich, die Linke stellt einen Antrag, eine neue Rentenmauer zwischen Ost und West zu schaffen. Das ist die Wahrheit, die die Menschen in Deutschland im Westen und im Osten zur Kenntnis nehmen sollten. Wir wollen keine neue Rentenmauer, die Deutschland teilt, sondern wir wollen ein einheitliches Rentenrecht für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Übrigens, um noch mal auf die Vergangenheit zu sprechen zu kommen, für die Rentnerinnen und Rentner im Osten Deutschlands war die Wiedervereinigung ein großer Gewinn. Hätten wir damals die Renten eins zu eins umgestellt, würden alle Rentnerinnen und Rentner im Osten am Hungertuch naken. Es war eine großartige Solidarleistung der Deutschen durch eine Sonderregelung im Rentenrecht, dafür zu sorgen, dass aus den niedrigen Renten und aus den niedrigen Löhnen im Osten doch noch etwas mehr Rente herausgekommen ist, als eine nur Eins-zu-eins-Einpassung ergeben hätte. Und ich finde, wir sollten den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern, auch gerade den Beitragszahlern und Beitragszahlern im Westen, dankbar sein, dass sie diese großartige Solidarleistung gestemmt haben. Und nun, was würde denn diese neue Spaltung Deutschlands, die von den Linken beantragt wird, bedeuten? Ich bin dem Kollegen Markus Kurth ausdrücklich dankbar für die Beispiele, die er genannt hat. Ich will weitere nennen. Ja, es gibt Unterschiede in Deutschland. Zum Beispiel in Schleswig-Holstein verdienen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur 75 Prozent dessen, was in meinem Bundesland, Baden-Württemberg, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verdienen. Liegt zum Beispiel auch an der unterschiedlichen Wirtschaftsstruktur. Noch nie ist jemand auf die Idee gekommen, ein eigenes Rentenrecht für Baden-Württemberg und ein eigenes Rentenrecht für Schleswig-Holstein zu beantragen. Oder gehen wir zum Thema Mieten. In Düsseldorf und München haben wir ein Mietniveau. Da hat ein Rentner schwer dran, zu knapsen, die Miete zu bezahlen. Das ist im Osten Brandenburgs oder im Bayerischen Wald schon anders. Noch nie ist jemand auf die Idee gekommen, ein unterschiedliches Rentenrecht für Düsseldorf, München, Bayerischen Wald oder Ostbrandenburg zu beantragen. Und ein weiteres, meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt ja nun eine ganze Reihe von Berufen, in denen ich als Arbeitnehmer im Osten wie im Westen das gleiche Halt beziehen kann. Und wenn jetzt das neue Spaltungsgesetz der Linken wirklich umgesetzt würde, würde es bedeuten, dass jemand, der im Westen lebt, eine geringere Rente bekommt wie der im Osten. Da mag sich der Arbeitnehmer im Osten freuen, aber wir hätten einen Aufstand der Rentnerinnen und Rentner im Westen selbstverständlich, weil das kapiert kein Mensch, dass man bei gleichem Lohn, bei gleicher Einzahlung in der Rentenversicherung unterschiedliche Renten bekommen soll. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, doch, so ist es. Und deswegen eine klare Ansage. Es ist gut, dass wir in der letzten Legislaturperiode dieses Gesetz zur Renteneinheit geschaffen haben. Und dass wir in wenigen Jahren tatsächlich den gleichen Rentenwert im Osten wie im Westen haben. Und dass wir Unterschiede in Deutschland haben, was die Lebenshaltungskosten anbelangt, was die Einkommensmöglichkeiten anbelangt, was die Industrie- und Wirtschaftsstruktur anbelangt. Ja, das ist eine Realität. Deswegen auch unsere Idee, mehr zu tun für gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland. Das ist ein Ost-West-Problem, das ist auch kein Ost-Süd-Problem, das betrifft uns alle. Aber im Rentenrecht sollten wir eines durchsetzen, gleiches Recht für alle und nicht eine neue Rentenmauer aller Links. Das sagt Peter Weiß, der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Der nächste Redner ist Jürgen Pohl von der AfD-Fraktion. Er ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, sprechen wir heute mal nicht über das Klima, zur Abwechslung mal über die Rente. Das ist gut so, denn die Rente ist ein Thema. Sie ist das wohl wichtigste Thema der kommenden Jahre. Dies, weil dieses Land ein Millionenherr an Armutsrentnern jedes Jahr produziert. Weil die Blockparteien von CDU, SPD, FDP und Grünen die Menschen bewusst in die soziale Not geführt hat. Das glauben Sie nicht, liebe Abgeordnete. Ich sage Ihnen das. Hören Sie da einfach mal zu. Die Rente ist das Ergebnis Ihrer Wirtschafts- und Sozialpolitik in 30 Jahren Einheit. Die soziale Not von Millionen Alten hält Ihnen den Spiegel vor. Und wenn Sie da hineinschauen, dann blicken Sie in den Abgrund von Wirtschafts- und sozialpolitischer Verantwortungslosigkeit. Altersarmut ist das Ergebnis Ihrer Politik. Und nun wollen die Genossen und Genossen zu meiner Linken umgehend die Ostrenten an das Westniveau angleichen. Gegen eine Rentenerhöhung im Osten, da habe ich überhaupt nichts einzuwenden. Aber ich frage, warum muss das erst jetzt kommen von den Linken? Die Linken stehen in Regierungsverantwortung. Der Regierungschef in Thüringen, was macht er denn für seine Schäfchen in seinem Land? Was macht der Ramelow? Er macht nichts. Er kann es nicht tun, weil er die Ostdeutschen nicht versteht. Und ich sage Ihnen eins, es reicht nicht aus, hier mit einem Antifa-Abzeichen rumzulaufen. Nein, man muss sich um seine Wähler kümmern. Das ist das, was Sie nicht können. Die Thüringer Kollegin Renner hat es heute bewiesen, sie sind nicht gestern bewiesen, sie sind nicht in der Lage, sich mit wichtigen Themen auseinanderzusetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe nicht so viel Zeit. Heute, nach 30 Jahren nach der Einheit, liegen die Löhne im Osten im Durchschnitt immer noch gut 21 Prozent unter dem Westniveau. Das wird hier heute vergessen. Wer im Osten arbeitet, erhält eben nicht nur weniger Lohn für die gleiche Arbeit, und er wird auch eine deutlich niedrige Rente erhalten. Das gilt umso mehr, wenn wir den Höherwertungsfaktor abschaffen. Die Ostrente bleibt damit auf lange Zeit eine Rente zweiter Klasse. Und den SPD-Wählern unter Ihnen draußen an dem Mikrofon sei noch mal erklärt, dass Frau Kolbe erklärt hat, die SPD steht nicht für die Rentenangleichung und steht nicht für die Beibehaltung des Höherwertungsfaktors. Lieber Ost- und Mitteldeutsche, ich sage Ihnen, wir waren nicht willkommen, wir waren nur billige Arbeitskräfte. Obwohl sie Gleiches leisten, bekommen meine Brüder und Schwestern nicht die Rente der westdeutschen Brüder und Schwestern. Meine ostdeutschen Freunde, ich muss Ihnen sagen, auf diese Parteien, die die Kiste in den Dreck gefahren haben, brauchen Sie nicht zu hoffen. Dankeschön. Für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Dr. Karam Badiabi. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! In meiner Heimathalle an der Saale lebt eine Frau, die über 70 Jahre alt ist. Sie hat über 35 Jahre als Buchbinderin gearbeitet. Sie könnte jetzt diese Zeit mit ihrem Mann, der Lackierer war, genießen. Da sie nur 540 Euro Rente bekommt und ihr Mann nur 720 Euro, ist das Genießen des Lebens leider nicht so leicht. Dabei haben beide ihr ganzes Leben gearbeitet. Das finde ich ungerecht. Uns allen ist klar, dass wir mehr für Rentnerinnen und Rentner machen müssen. Mit dem Rentenüberleitungsgesetz ist zum Januar 1992 für einen Übergangszeitraum abweichende Berechnungsgrößen entstanden. Das lag an dem Lohnniveau, das damals vorherrschte. Wir haben mit einem Rentenwert von 10,79 Euro angefangen und liegen heute bei 31,89 Euro. Dennoch liegen die Ostrenten noch nicht auf Westniveau. Das ist unerträglich. Ich bin deshalb froh darüber, dass wir die Angleichung in sieben Schritten bis 2024 vollenden werden. Dann gibt es einen einheitlichen Rentenwert. Zur Wahrheit muss man aber auch sagen, im Gegenzug wird der Höhewertungsfaktor, mit dem heute die Ostrenten so aufgestockt werden, als wäre die Lohngleichheit zwischen Ost und West bereits heute erreicht, schrittweise zurückgeführt. Sehr geehrte Damen und Herren, keine Frage. Die Erwerbsbiografien unterscheiden sich in Ost und West. Aufgrund der massiven wirtschaftlichen Unbrüche nach der Wende waren die ostdeutschen Kolleginnen und Kollegen stärker von Arbeitslosigkeit betroffen. Sie müssen häufiger den Job wechseln, mehr Umschulungen machen. Auch meine Frau und ich waren davon betroffen. Ich kenne viele Geschichten. Als ich nach der Wende meine Promotion über Schwermetallbelastung Hallischer Schrebergärten geschrieben habe, kam ich über den Gartenzaun hinweg mit vielen von ihnen ins Gespräch, vor allem über Treuhand. Das Ergebnis, die Treuhand hat einen aggressiven Kapitalismus betrieben und kam rücksichtslos, kaum rücksichtsgenommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können die Fehler von früher nicht rückgängig machen. Doch wir können heute politische Ideen nutzen, die das Leben von Millionen von Menschen verbessern. Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist eins klar. Wir werden an der Grundrente festhalten. Denn wir wollen die Lebensleistungen von allen Menschen würdigen. Wer sein ganzes Leben gearbeitet hat, der muss von seiner Rente leben können. Das ist wie eins zu eins zusammenzurechnen. In Ostdeutschland würde alleine die Grundrente sofort 750.000 Frauen und Männern helfen. Deutschlandweit würde die Grundrente 3,5 Millionen Menschen ein besseres Leben ermöglichen und ihre Lebensleistung würdigen. Wir dürfen nicht mehr warten, meine Damen und Herren. Unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker ist es, nicht nur zu schauen und auf Probleme hinzuweisen, sondern zu handeln. Meine Damen und Herren, da sind wir nicht nur der 70-jährigen Buchbinderin und ihrem Ehemann aus Halle schuldig, sondern allen Menschen, deren Lebensleistung nicht anerkannt werden. Deshalb sage ich die Grundrente jetzt. Für die FDP-Fraktion hat das Wort der Kollege Till Mannsmann. Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Die Renten in Ost- und Westdeutschland hatten und haben aus nachvollziehbaren Gründen eine unterschiedliche Dynamik und mit ein wenig Distanz und Vernunft betrachtet. Wurde gerade bei der Synchronisierung der Renten in beiden Teilen Deutschlands, bei der Mammutaufgabe Deutsche Einheit, eine wirklich gute Arbeit geleistet und wird sie bis heute. Frau Kollegin Lötzsch, das muss man doch mal an dieser Stelle noch mal klar sagen, eine Unordnung ist meistens viel schneller angerichtet, als man nachher aufräumen muss. Sie haben 40 Jahre lang, die SED, Ihre Partei in der DDR, 40 Jahre lang genau diese Unordnung angerichtet, die Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher dann später aufgeräumt haben. Und wir sind dann noch heute mit 2025, mit 2025, wenn wir die Renteneinheit in Deutschland geschafft haben, schneller noch gewesen als Sie mit Ihrer Unordnung. Das ist eine hervorragende Leistung. Mein Kollege Johannes Vogel hat Ihnen die groben Fehler, die Sie bei Ihrem Konzept machen, schon ausreichend dargelegt. Ich möchte die Zeit, knappe Zeit hier nutzen, ein paar kleinere Aspekte hinzuweisen, die Sie in Ihrem Antrag aufwerfen. So werfen Sie zum Beispiel absolute Armut und relative Armutsgefährdung, wie immer hier total durcheinander. Und das kann man so nicht stehen lassen. Wer von falschen Voraussetzungen ausgeht, kommt logisch meist zum falschen Schluss. Die Quote der Armutsgefährdung hat sich in den neuen Bundesländern erfreulich entwickelt. Der von Ihnen vorgeschlagene Weg setzt einseitig auf staatliche Maßnahmen. Das wird uns aber nicht weiterbringen. Was wir brauchen, ist etwas ganz anderes. Der Osten Deutschlands ist nach vielen schwierigen Jahren doch in einigen Gebieten bewundernswert dynamisch. In Leipzig, in Dresden, im Umland von Berlin. Diese Entwicklung müssen wir stärken und in die Fläche tragen. Und da ist auch viel darauf hingewiesen worden, auch dort in Westdeutschland, wo mittlerweile ähnlich strukturschwache Gebiete wie im Osten existieren. Wir brauchen weniger Bürokratie bei Neugründungen von Unternehmen. Wir könnten hier statt mit steuerlichen Mehrbelastungen, wie Sie das immer vorschlagen, mit Entlastung von denen beginnen, die mit Kraft und Ideen neue Firmen gründen. Das sind die Leute, die Arbeitsplätze schaffen und das Steueraufkommen der Zukunft vorbereiten. Genau das sind die Sachen, die wir brauchen, anstelle von den von Ihnen immer wieder vorgelegten Konzepten. Einen Punkt will ich noch ansprechen. Sie fordern wieder einen Mindestlohn von 12 Euro. Es ist wirklich erstaunlich. Im Wahlkampf 2017, als wir Freien Demokraten uns auf den Wiedereinzug vorbereitet haben, hatte ich das mal in einer Podiumsdiskussion mit einer Kollegin von den Sozialdemokraten, die heute Ministerin ist, und sie hat mir gesagt, um das Thema bräuchte ich mich gar nicht kümmern, weil das ja ohnehin ein Expertengremium festsetzen würde. Das wäre doch keine Aufgabe des Parlaments. Und dann frage ich mich, warum ich das nun hier, glaube ich, schon zum dritten Mal in den letzten zwei Jahren hier auf den Tisch bekommen habe. Hören Sie doch einfach damit auf. Das ist einfach die falsche Systematik. Das ist nämlich genau die Systematik, mit der Sie 40 Jahre lang die DDR in die Grütze geritten haben. Kurz zusammengefasst ist es einfach unverantwortlich, wenn wir uns immer noch auf staatliche Maßnahmen verlassen. Wir müssen schauen, wie wir die Wirtschaft auf den Stand bringen, dass wir die Einkommen erzeugen, die nachher für gute Renten sorgen. Und wie gesagt, 2025 haben wir die Rentenheit dann erreicht. Und da freuen wir uns auf diesen Augenblick. Vielen Dank. Der Kollege Albert Weiler ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne, werte Kolleginnen und Kollegen. Bevor ich jetzt anfange mit dem Sachlichen, werde ich etwas Ungewöhnliches tun, aber etwas Notwendiges. Ich setze mir eine Kippe auf den Kopf und werbe dafür, dass in Deutschland und speziell in Berlin keine Demonstrationen mehr stattfinden gegen Israel und für Antisemitismus. Es hat stattgefunden in den letzten zwei Tagen. Und ich glaube oder hoffe sehr, dass das das letzte Mal war. Ich komme jetzt zum eigentlichen Thema, meine Damen und Herren von den Linken. Ich würde mir wünschen, dass Sie irgendwann mal inhaltlich doch neue Anträge stellen würden. Es ist heute schon ein paar Mal gesagt worden. Denn ich stelle fest, dass immer wieder gleiche Anträge kommen, Gleiches erzählt wird und dadurch die Anträge nicht besser werden, wenn sie auch zum zehnten Mal gestellt werden. Aber trotzdem werde ich mir erlauben, Ihnen nochmals den Sachverhalt zu erklären und hoffe auf baldiges Verständnis. Der Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit, der in dieser Woche von der Bundesregierung vorgestellt wurde, zeigt insgesamt eine gesamtdeutsche positive Entwicklung. Auch das wurde heute schon gesagt. Dazu gehört, dass wir mit dem bereits verabschiedeten Rentenüberleitungsabschlussgesetz eine Angleichung der Ostrenten an Westniveau festgelegt haben. Diese Angleichung erfolgt schrittweise bereits seit 2018. Wir halten unser Versprechen und schaffen Rentengerechtigkeit in Ost und West. Insgesamt sechs Millionen Menschen werden davon profitieren. Zu diesem notwendigen Schritt gehört allerdings auch, dass der Umrechnungsfaktor, der jetzt noch den ostdeutschen Rentner besser stellt, in diesem Zeitraum langsam gesenkt wird. Dieser Umrechnungsfaktor gleicht im Moment und seit Jahren schon das niedrige Lohnniveau in Ostdeutschland an. Und ich sehe natürlich das Problem, dass kleinere Löhne im Alter auch zu kleineren Renten führen. Aber das, meine Damen und Herren, ist in Ost und in West gleich. Und aus diesen Gründen müssen wir uns für eine Erhöhung der Löhne im Rahmen der Sozialpartnerschaft stark machen. Ich persönlich ermutige seit Jahren sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer, die Tarifbindung zu stärken. Die Sozialpartnerschaft in Deutschland ist ein Erfolgsmodell, weil hier im Dialog die Ansprüche der Arbeitnehmer und die wirtschaftliche Stärke der Unternehmen im fairen Dialog miteinander abgewogen werden. Und aus diesem Grund bin ich auch nicht für eine staatlich verordnete Mindestlohnregelung. Im Grundgesetz ist festgeschrieben die Tarifautonomie. Und da dürfen wir als Gesetzgeber nicht immer permanent diese hintergehen. Die Einführung des allgemeinen Mindestlohns war eine sorgfältig geprüfte Ausnahme. Aber es war eine Ausnahme. Und seitdem ist die eingesetzte Mindestlohnkommission für eine Anpassung des allgemeinen Mindestlohns zuständig. Und das ist auch richtig so. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch noch darauf hinweisen, dass in vielen Bereichen die Branchen Tarifverträge häufig bereits höhere Mindestlöhne vorsehen. Und ich mache mich deshalb nachdrücklich nochmals dafür stark, dass auch in Ostdeutschland Tarifbindung stattfindet und die Menschen sich tariflich orientieren. Und als Thüringer Bundestagsabgeordneter setze ich mich neben der sozialen Einheit auch für eine Vollendung der wirtschaftlichen Einheit ein. Die ostdeutsche Wirtschaft wächst, hat aber sicherlich immer noch Defizite. Damit die Wirtschaft in Ostdeutschland national, aber auch wettbewerbsfähig bleibt, brauchen wir mehr Investitionen in Bildung, Innovation und Infrastruktur. Aber keine Erhöhung der Sozialausgaben, meine Damen und Herren. Eine starke Wirtschaft bildet die Grundlage für höhere Löhne und Renten. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken, Sie stellen hier kurz vor den Landtagswahlen in Thüringen riesige Forderungen auf, ohne auch nur einen Gedanken, die Finanzierung und die Nachhaltigkeit Ihres Antrages zu verschwenden. Sie spielen hier junge und alte Ostler und Westler aus, Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber. Gegeneinander werden sie ausgespielt und sie erreichen damit eine Spaltung der Gesellschaft und wollen sich auch noch für diese Spaltung stark machen. Wir wollen das Gegenteil, nämlich die Vollendung der deutschen Einheit. Und versuchen Sie es doch mal mit Ehrlichkeit und ohne Populismus, dann rücken wir auch sicher näher zusammen. Dankeschön. Albert Weiler war das von der CDU-CSU-Fraktion aus Thüringen, der auf die Landtagswahlen hinweist. In diesem Bundesland finden am 27. Oktober die nächsten Wahlen statt. Letzter Redner zu diesem Debattenpunkt, Herstellung der Renteneinheit, ist nun Frank Heinrich, ebenfalls von der CDU-CSU-Fraktion. Am Ende einer Debatte hat man einen Vor- und Nachteil, einen Vorteil, man hat schon viel gelernt, einen Nachteil, dass das meiste, was man selber sagen wollte, schon gesagt worden ist. Ich versuche, es ein bisschen zusammenzufassen. Letztlich geht es um drei Fragen. Woher kommen wir in dieser Systematik? Wo stehen wir gerade und wo wollen wir hin? Die erste Frage. Wir kommen von, vor 30 Jahren, von sehr unterschiedlichen Versorgungssystemen in BAD und DDR. Die Leistungen wurden grundlegend unterschiedlich bewertet, berechnet. Das DDR-Rentensystem war ein Grundversorgungssystem mit festen Altersgrenzen und nur gering an den Entgelten orientiert. Gerade mal 30 bis 40 Prozent des durchschnittlichen Arbeitseinkommens wurde an die Rentner ausbezahlt. Auch Geringverdiener konnten Rente ganz nah an der Durchschnittsrente bekommen. 1992 wurde es dann in das gesamtdeutsche Rentenversicherungssystem überführt, was sehr komplexe, sehr komplizierte Mathematik zum Hintergrund hatte. 27 Zusatz- und vier Versorgungssysteme der DDR wurden zurück- oder hineingefügt in das Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz der gesamtdeutschen Rentenversicherung. Wo stehen wir heute? Wir haben vorhin den Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit gehört, debattiert, auch mit unterschiedlichen Konnotationen natürlich. Die Wirtschaftskraft Ostdeutschland von 43 Prozent vor 30 Jahren ist auf 75 Prozent des westdeutschen Niveaus 2018 gestiegen, nahezu der Durchschnitt der Europäischen Union. Bruttolöhne und verfügbare Einkommen der privaten Haushalte erreichen heute etwa 75 Prozent des Westniveaus, womit wir uns am Schluss natürlich nicht zufrieden geben. Und Frau Kolbe, die Kollegin, hat gesagt, natürlich bestreitet das auch keiner. Der Abstand reduziert sich noch mal erheblich unter Berücksichtigung, zumindest in einigen Bereichen, von unterschiedlichen durchschnittlichen Lebenshaltungskosten. Da sind natürlich noch Herausforderungen. Unterschied in der Wirtschaftskraft. Wir haben es gehört von Kollegen, das liegt an Kleinteiligkeit in der ostdeutschen Wirtschaft, an Mangel an Konzernzentralen. Das kann man natürlich bemitleiden. Große Unternehmen, die fehlen dort. Siedlungsstruktur ist eine andere. Kein einziges ostdeutsches Unternehmen im Börsenleitindex DAX, kein Großunternehmen hat die Zentrale in Ostdeutschland. Und daran müssen wir arbeiten, an den Herausforderungen. Und da sind wir dran am Arbeiten. Aber das gleich mit Ihrer ersten Rede, mit der Fettschössenzeit zu vergleichen, das finde ich schon ein, nicht nur Äpfel mit Birnen vergleicht, das ist schon jenseits von Mathematik. Und wohin wollen wir? Gleiches Rentenrecht in Ost und West. Und da ist der Fahrplan, das mehrere Kollegen haben das so gesagt, auch erklärt, schon festgesetzt. 1. Juli 2024 wird das vereinheitlicht sein. Aber da gibt es ja eben diese zwei Seiten dieser Mathematikaufgabe-Renten. Parallel wird die Hochwertung der Verdienste im Osten stufenweise reduziert. Aha! Auch ich, wie mein Kollege Vogel, muss hin und wieder erklären, was das da offensichtlich bedeutet. In meinem Wahlkreis bekommt man einen Rentenpunkt für 3 000 Euro billiger als in dem Wahlkreis meiner Partnerstadt Düsseldorf. Und da mag dort der eine oder andere ziemlich sauer werden, wenn das auf einmal eingestampft wird. Und wir werden der Mathematik des ausgeklügelten Herangehens an eine Angleichung nicht mehr gerecht. Es entstehen neue Ungerechtigkeiten, sozialer Sprengstoff, den Sie wahrscheinlich dann wieder nutzen werden, eine enorme Steuerlast. Und wenn ich das alles zusammenfasse, dann war und dann kommen wir aus den Jahren nach der Wende von einer tatsächlichen großartigen Sozialleistung, mein Kollege Straubinger hat darauf hingewiesen, letztlich wahrscheinlich die größte sozialpolitische Leistung der deutschen Einheit. Und wenn wir das wieder machen würden, die gerade von mir genannte 3 000 Euro einfach ins Gart drücken, dann wäre das tatsächlich wie die Axt im Staatsgefüge, Herr Straubinger hat das so gesagt, oder, mein Kollege von der FDP, eine krasse neue Ungleichbehandlung. Und dafür sind wir nicht zu haben. Danke für die geschätzte Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19-10285 an den Ausschuss für Arbeit und Soziales.